hoch halte stimmbremse lösen und los geht's los geht's los goers keine ahnung nächste haltestelle weiß sie hat jemand hier hat jedenfalls jemand gedrückt für hier sind die haltestellen alle sehr sehr nah beieinander wie es mir scheint und nach wie vor aufhalten sie ja schon see uns hollandstraße oder so wird es wahrscheinlich sein irgendjemand hinten aussteigen ja jemand aber warum hat er das jetzt nicht genommen dass ich das gedrückt habe die zwei kinder ist wieder die kann sich nicht durch den bus bewegen und ich bräuchte hier ich habe ablegen gesagt ich bräuchte hier für echt mal so was wie track er dass ich meinen kopf bewegen kann bewegt sich die kamera im spiel irgendwann will ich so was mal haben weil das einfach echt geil ist für so simulatorspiele so gibt es einen haltewunsch dem gehe ich natürlich nach zwei brücker straße es könnte sein wahrscheinlich nicht dass sie das hier in einer folgenden ich brauche noch zwei folgen diese und noch eine brauche ich die hintere tür will ich auch öffnen ich finde es lustig wie die leute aus dem bus gehen und einfach die spawnen mache ich auch immer wenn ich aus dem bus gehen die spawne ich einfach so da kommt noch ein scheinwerfer nur das war mein eigener also bitte da klingelt jemand und automatik da kam der kickdown und da zieht sie kollege wenn du jetzt hier an der haltestelle parkst na dann haben wir ein problem danke und abbenken abbiegen du hast blumen laden meine güte und mal wieder habe ich nicht verbremst so wie heißt die haltestelle hier falkenseer chaussée zepplin straße falkenseer chaussée ist glaube ich ein echt großes ding zepplin straße 52 soll hier sein ist jetzt 49 damit bin ich knapp drei minuten zu früh das ist schön dann sind es noch 1 2 3 4 5 6 7 8 halte stellen wo wollte hinten jemand noch aussteigen ich glaube jetzt einfach nicht nur hat sich keine gestellt also würde da wohl auch keiner aussteigen gut anderthalb minuten zu früh 1,4 minuten nur noch 1,3 1,7 1,8 mir egal hauptsache ich bin nicht viel zu spät oder viel zu früh hoch da war ich auch schon wieder 60 weil dieses ding aber so unglaublich schnell ist und da ist eine ampel rot ich weiß nicht wie das in berlin ist hier um diesen drei spuren hier ist ja immer so drei spuren und die rechte ist eigentlich entweder bus haltestelle oder zu geparkt und ich habe keine ahnung wie das hier geregelt ist wer darf darf man auf der rechten spur fahren darf man auf der rechten spur noch parken oder halten weiß es nicht ich würde es gerne aber mal wissen vielleicht ist hier irgendein berliner in den kommentaren die mir das sagen kann kann kein leider kein berlinerisch so gut aber berlinerisch wie gesagt ich mache irgendwann mal video über akzente da gibt es einfach so viel zu sagen hinten will keiner aussteigen wahrscheinlich hätte ich hier auch mit einem normalen gelenk bus die strecke fahren können oder mit dem doppeldecker aber mit so einem capacity ist nochmal um einiges cooler um einiges cooler als mit so einem normalen bus irgendwie hätte ich auch gerne mal ein doppelgelenk bus aber ein doppelgelenk bus der ist scheiße schwer zu fahren sehr schwer zu fahren noch schwerer als capacity wobei ich muss sagen dass der capacity gar nicht so schwer zu fahren ist ich hatte echt gedacht dass er um einiges schwerer wäre so hart wollte ich eigentlich gar nicht bremsen ich hätte eigentlich gerne auch für die dritte tür mal einen knopf auf dem gamepad schließt die dritte tür sich automatisch jetzt tut sie es so und ablegen mühlheimer straße mühlheimer straße 55 oh dann bin ich ja doch ein ganzes stück zu früh aber guck mal das ist auch interessant ich bin um anderthalb minuten zu früh glaube ich losgefahren an der anfangshaltestelle und jetzt bin ich teilweise drei minuten zu früh also mit diesem bus kann man tatsächlich einiges an Zeit gut machen ordentlich was hat der citroen citroen da bin ich auch schon mal links abgebogen das weiß ich für den 130er oder für den 130 eher ich weiß nicht mehr ganz genau zack 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 wenn ich so in der ansicht bin dann nicht immer den bäumen das will ich nicht so zack so ist schön die dritte tür schließt automatisch das gefällt mir so da drückt auch schon jemand aber ich glaube auch selbst wenn ich zwei minuten zu früh bin was im linienverkehr eigentlich eher selten vorkommt aber selbst wenn ich mal sowas zu früh bin ich glaube dann warten die nicht unbedingt an der haltestelle zwei minuten und sind dann eben so ein ganzes stück zu spät guck mal hier ist ein bierwinkel zack obwohl ich glaube ich jetzt schon mal ein bisschen warten werde um vielleicht noch mal ein paar sachen zu checken wie zum beispiel in temperatur die bei 18,4 grad ist also ich werde das hier noch mal ein bisschen kälter drehen vielleicht den lüfter mal ein bisschen anmachen so 18,2 würde ich gerne so um 18 halten stelle ich den lüfter mal wieder ein bisschen runter und stelle das mal ein bisschen wärmer dann gibt es noch irgendwelche tollen kniffe 18,1 stelle ich es glaube ich nochmal ein bisschen wärmer wieder stelle ich nochmal auf so 18,0 ja ich stelle es auf so ok 17,9 ich lüfter wohl wieder aus 17,8 mache ich wohl den hier guck mach die türen vielleicht mal wieder zu ich glaube das hilft auch schon so 1,7 minuten ich glaube es kann weiter gehen wo ich sollte vielleicht nochmal den bisschen wieder anschalten aber schon eben hat es hat er es doch komisch so hier rum alte wunsch hier sind aber echt die Haltestellen so unglaublich nah beieinander dass ich gerade hoch auf 50 bin und dann sofort wieder abbremse am Bogen aha jetzt ist für mich die große Frage mache ich daraus eine eigene Folge aus dem letzten Teil oder nicht ich tendiere nämlich zu nein ich packe das alles einfach noch hier rein so dritte Tür fermelatrosium Tür keine Ahnung Port Port heißt Tür toll ich werde wahrscheinlich eh ein bisschen zu früh da sein insofern werde ich habe ich überhaupt kein Problem damit das alles in eine Folge jetzt noch zu packen die drei Minuten oder vier Minuten ach komm das passt locker so ich hoffe jetzt nicht dass mir irgendein Depp hier zugestellt hat sieht nicht so aus ich glaube auch im Moment kann man ohne DLCs auch noch viel Spaß haben weil Berlin die Route ich kann die alle halt noch bei Nacht fahren ich kann alle noch mal fahren ich kann alle noch mal mit anderen Bussen fahren oder sowas aber langsam wird der Bus auch wieder leer also ich kann einfach alle Routen noch mal fahren so ist es nicht einfach nur mit anderen Bussen und sowas also das ist schon recht gut gemacht bzw. recht umfangreich ich kann auch auf der Linie 130 kann ich glaube ich auch gleich nochmal zeigen gibt es ja auch so verschiedene Isotope in Anführungsstrichen dass ich jetzt fahre ich ja von Haneberg zur Freudstraße aber da gibt es auch noch andere Sachen meinetwegen von der 130 gibt es glaube ich vom Omnibus Bahnhof zur Nervenklinik auch noch eine und dann gibt es noch so ein paar andere Isotope ich nenne sie jetzt einfach mal Isotope sie haben wahrscheinlich einen richtigen eigenen Namen aber Isotope ist finde ich das was einigermaßen gut passt zack Kickdown der Automatik und es zieht ich finde auch dass der Motor sehr kernig klingt was auch eigentlich einigermaßen realistisch ist weil die in echt echt schon kernig klingen so hier geht es rechts rein so wie es aussieht zack den lass ich nochmal vorbei so schön weit ausholen zack das hat gut geklappt Freudstraße Falk ich mach auch immer noch die vorderen Türen mit auf eigentlich soll man ja glaube ich nicht durch die vorderen Türen aussteigen aber ich weiß nicht ob das bei Schulbussen irgendwie normal gestattet ist aber bei Schulbussen wird das eigentlich immer gemacht und wer ähm die Leute nicht an der vorderen Tür rauslässt als Busfahrer jetzt der ist meistens so oder Fahrkarten kontrollieren manche hier machen es manche nicht so freut man sich manchmal wenn die Karten nicht kontrollieren nein Quatsch ich hab meinen immer dabei so wie es aussieht ist da die letzte Haltestelle und hier wird es glaube ich echt ein bisschen knifflig hier sollte man echt es gibt in Berlin X10 Addon glaube ich ja noch so ein Doppeldecker Bus der so ein moderner Doppeldecker Bus der hat auch eine Doppelachse hinten und alles also der wäre vielleicht der wäre wahrscheinlich auch für diese Route recht angebracht so da ist es war ich einmal zu früh dazu ich war tatsächlich dreimal zu früh verdammt gut also dann gilt es tatsächlich ab 2 Minuten zu früh ist es zu früh und ab 3 Minuten zu spät ist man zu spät ja das ist schön dass das hier alles einigermaßen okay war ich hab eigentlich die hintere Tür aufgemacht damit ich den Herren im Anzug auch nochmal durchlassen kann aber warum ist der Bus so dunkel jetzt ist es schön hell im Bus dann geh ich nochmal in meine Fahrerakte jetzt gucken warum warum ist das jetzt auch mal wieder so schlecht ja ok also so gut bin ich jetzt nicht gefahren schein so jedenfalls gut mit dem Capacity bin ich auch immerhin schon fast 16 Kilometer jetzt gefahren was eigentlich doch gar nicht so viel ist aber in dem Sinne will ich die Folge nicht noch länger machen bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge sage ich wirklich dass wir Zito fahren den Kleinen also Busfahrer Fabio sagt Dankeschön fürs Zusehen erhofft dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen sag bis dann Ciao